So, von zu Hause aus nicht oder was? Bitte? Von zu Hause aus nicht oder wie? Nö, ich hab einfach recht, nicht so viel. 60 Stunden hätte ich jetzt keine Zeit, ich muss ja auch hier arbeiten. Wie kommst du, dass du 24er machst am Donnerstag bis Freitag? Weil ich da frei hab mal und nicht zur Arbeit muss. Wow. Wie du hast denn jetzt nicht auf Freitag oder Samstag gemacht zum Beispiel? Weil ich arbeiten muss. Genau. Nein, ihr seid ja nicht zusammen. Come on, Lance, come on, Lance, bitte stirb nicht, bitte stirb nicht. Ich dachte, ich werde nachher auch mal Schwimmer machen. Heute mal wieder Poco MMO. Ja, der Start in Höhen. Wenn der Poco mal durch Gift stirbt, muss ich es dann auch wegtun? Ja. Ja. Also beim Laufen meine ich jetzt beim Zurücklaufen zum Pokescent. Dann nicht? Nein. Dann normalerweise nicht. Oh, gut. Weil... ist es zu viel Laufen statt genau vor dem Pokescent, als es gestorben ist. Da da ich mir so da... Ja, da kannst du nichts machen. Da kommt auch die Vergiftungsart drauf an. Ob es eine normale Vergiftung oder eine schwere Vergiftung ist. Okay. Bei schwerer Vergiftung kannst du, glaube ich, 15 Schritte laufen, das ist ein Pokémon tot. Und bei leichter Vergiftung zieht es immer 1 HP pro Schritt ab. Das sind hier immer diese 5er Schritte da. Ja. Immer 5 HP pro 5 Schritte. Ach, der gute Drake ist ja zuhause. Ach ja. Wir sehen uns jetzt Drake auch, nicht Jane? Mhm. Er ist jetzt ein bisschen zuhause. Wir sehen ihn des Öfteren. Okay. Ja, krankgeschrieben. Oh, scheiße. Er ist auch erwischt. Hallo, Gizora. Pokémon, genau. Zora ist da? Ja. Oh, nice. Ich weiß, ja. Ah, eben. Die Stimme im Hintergrund normalerweise. Ja, die Stimme aus dem Off. Randomizer? Yes, Randomizer. Plus Nuts Lock. Also richtig tolle Challenge. Für die letzten 6 Stunden noch. Zumindest versuche ich das irgendwie noch immer zwischendurch zu schieben gleich. So, ich geh jetzt ins Wetteranierwald. Da darf, nee, da darf ich gar keinen Punkt mehr fangen. Ich hab da meinen Dings. Da hast du Galopper gefangen. Ach, das ist kacke. Ja. Ist im Hintergrund Eddie? Ja. Der ist auch da. Ei, ei, ei. Ja, auch er ist gerade da aufgestanden. Strenger Nacht hinter mir gehabt. Oder besser gesagt, wo ich bei euch weg war, muss ich noch auf Piste gehen. Auf Piste muss ich ja noch Schneewalzen gehen und Langläufe, Langläuf-Schnee-Bahn machen müssen. Und bin ich, glaube ich, irgendwann um 4.00 Uhr nach 10.00 Uhr nach Hause gekommen. Jetzt habe ich zweistündig hingeschlafen. Haha. Ja, und jetzt bin ich noch kurz da. Ich muss gleich Laminar verlegen gehen. Falls er mich heute noch braucht. Ja, mein Bruder hat jetzt eine neue Wohnung, also so eine Loft-Wohnung mit zwei Stöcken. Und unten drunter ist ein Scream-Keller. Oh, cool. Mhm. Du kommst alles durch eine Wendeltreppe runter. Das sieht so geil aus, ey. Sowieso wenn du die Wendeltreppe mit einem Regler einstellen kannst, wie sie leuchten soll. Geil. Von den Treppen her. Gibt so geil aus, ey. Die Wohnung ist saugroß, also die ganze Wohnung hat insgesamt... Also der Keller hat 42 Quadratmeter. Mhm. Der obere Essbereich mit Stube, also ja, mit Wohnzimmer und Esszimmer. Ah, hier ist Nachthara. Du kommst sozusagen oben rein, ne? Mhm. Man hat die Wendeltreppe runter in den mittleren Bereich. Das ist extrem gut gemacht und großes Panorama-Fenster beim Esstisch. Mega groß. Ich konnte mich strecken und ich konnte sogar Fensterrahmen berühren. Und ich bin in über zwei Metern, ne? So. Oh, Route 2. Route 2 darfst du auch nicht mehr. Ja, aber es gibt ja zwei Route 2, deswegen. Ja, das ist egal. Route 2 ist Route 2 und da darfst du nicht nochmal fangen. Das ist doof. Sonst ist es doof. Dann würdest du deine eigene Challenge hinüber machen. Oh, hier ist ja Lena. Meinst du, du schaffst das schon? Ich hab gar nicht, dass die sind. Wie lange schläfst du 24 Stunden? Hallo, Gunny. Hallo. Na guck an. Die WhatsApp ist schon gekommen. Brauchen dich heute nicht mehr. Kannst aber gerne. Haben noch Essen. Komm. 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 Da hast Kuma die ei't und... mein Bruder alleine gemacht, gestern noch. Ha, ha, ha. Boah sieht meinonceil gut aus, ey. Ja ich bin wie, ein bisschen erledigt. Seid froh, dass du nicht noch krank bist, ne? Und ich dachte mir schon so, ich glaube ich werde krank. also jetzt noch bis 18 Uhr oder was? bis 19 Uhr ok, ja, zieht sich schon ja, wenn mein neuer PC da ist, dann werden wir die auch komplexe Prima haben dass ich auch wieder Vollzeit Prima werde und nebenbei halt einfach kleine Arbeiten mache vom Amt aus eben Schee-Pisten fahren oder sonstiges das ist ein geiler Beruf, ey ganz einfach in Schnee-Pisten-Mobil rein setzen und sich einfach bequem fühlen ach fuck, das hat jetzt keine Wirkung was hast du, Psycho gegen Normal gemacht? nein, Normal gegen Geist ich dachte ruckzuck hier wäre alles, nur keine Normalattacke nein ich war grad total durch oh wei gegen Geist ist halt Psycho am meisten effektiv ja, ich hab leider keinen Scott oder eigene Geistattacken wie Spukball, Finsterfaust und Nachnebel mehr nicht und ich hab gestern gegen Scheiss Trainer gekämpft, ey also, so, Online Trainer und der hatte ein Gengar, ein shiny Gengar dabei mit Mega Nachmar, Hypnose, Traumfresser und, ähm, was war das? Abgangsplan ja, ey, das ist genau das gleiche, was ich auch hab ich glaub ich spinnte, ey, hat mein ganzes Team zerstört so, nicht schwer, also das recht mit diesem Gengar ist das richtig gut also, das ist so uber, ey mein Despot aber ja, hinüber, mein, ähm das ist einfach noch nicht normal gewesen, ey was, häng ich schon auf halb acht, wenn ich häng ich schon nicht schaue, ich schaff das schon, aber ja bis nicht gezwungen, ich weiß aber ich will das schaffen also, ich bin bei der Arena mit drei Pokémon mit vier ja, mit Rex Wollnuss, Silvan und Enuk und wenn du mal einsam mit Nasslock, hab ich auch schon gemacht also, äh, Silvan, Wollnuss, Enuk und Rex genau ok mein erstes Pokémon, wo ich nach nach dem Ding gefangen habe war Regi Steel ich hatte fürhin fast die Chance, den Suicun zu fangen, aber hab's umgebracht bis zur ersten Arena hab ich insgesamt dann sieht aber aus, du hängst durch zwei Pokémon fangen können einmal Regi Steel und einmal Darkrai oh, Darkrai ist heftig oh ja das ist ein richtiger Brain Break ja, und das Anfang von Pokémon hatte ich, äh, Loco ach sieht aber anders aus, du hängst durch ja, ein bisschen vielleicht, also es war schlimmer schon ich bin einmal kurz, glaub ich, sogar eingenickt dann hast du keine 24 Stunden ich hab was gemacht ja und dann hat mich kurz mal abgelöst das beste ist, wenn, ähm, in der Zeit, wo du den 24er machst, dass du wirklich, äh, zwei Tage Ruhe hast, wirklich, ähm, auch genügend geschlafen hast wichtig ist, auch bei einem 24er, duschen das kann dir helfen, nicht warm duschen, sondern wirklich kalt duschen, dass du wach bist ich bin draußen spazieren gekommen das, nein, das, da, da kommt dein Körper dann, äh, kalt nach Hause und du kommst in die Wärme rein naja, okay, das lag auch, weil ich kurz einkaufen musste ja, 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 eben, aber das macht dein Körper müde und ich hatte, ich hatte das praktische an dem 60 Stunden zunehmig ja, mein Bruder kannst du mir das, 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 das und das vorbeibringen? ne, er meinte, wieso, ja, ich bin noch in 60 Stunden zunehmig ja, jaja, randomize alles Pokemon, Trainer, Pokemon, Attack und Typen, äh, Pokemon, Attack und Typen hab ich nicht gerandomized, da wollte ich ganz Standard haben aber Pokemon und ja, so, alle, alle, alle Pokemon eben gerandomized okay er hätte die, sogar auch Starter? auch Starter was hast du als Starter gehabt? äh, Drasche zickzacks und ful kunsch dann ist klar, was ich nehme, ne? Ja. Ach, die Schöße. Viele meinen halt, bei einem 24-Stunden-Stream ist Energie das Wichtigste. Nee, ist es nicht. Versuch's lieber mit Grün. Mit Grün? Grün-Tee. Grün-Tee mit einem Spritzer Zitrone und du bist wach wie... ja, wie du rammeln willst. Wieso sterben denn jetzt alle meine Pokémon fast? Komm, stirb, 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 stirb. Ja! Nice! Erste Arena? Bist du oder was? Erste Arena bin ich schon fertig, aber... Zweite Arena hat bis 20, 22, 24. Da war so ein Typ, ne, der hatte meine Pokémon alle so stark runtergehauen, bis auf einen KP. Und ich hab die ganze Zeit gewechselt und zum Glück war er am Brennen. Dadurch hab ich den Kampf, also das eine Pokémon besiegen können. Boah, das ist Lack. Das ist eine Strategie, Jay Felix. Ah. Shit. Shit. Ach. Bist du? Neeein. ...? Neeein. Neeein. ... Neeein. Alles ist okay.